Ja, ich hab Schöße gehört. Wo, wie, was, wo, wo bist du verarscht? Ich bin im, äh, Backstein-Haus. Backstein-Haus. Vorne an der Hauptstraße. Hinten, äh, ja, an der Straße, wo wir die ganze Zeit rumgehangen sind. Hier, da vorne, das O.B., das da. Irgend so'n Pisser mit ner Magnum. Dann fischen wir die andere Zeit, der noch. Also, ich hab eher gemeint, das kam von rechts. Ah ja. Ist da hinten, glaub ich. Das kann man sagen. Der war im Haus. Der war bei mir im Haus. Bring doch jetzt da rüber. Du warst doch grad bei mir hinten, ne? Ja, und dann bin ich ins Backstein-Haus und dann wurde ich grad abgeknallt. Backstein-Haus? Ne, das kann doch nur das hier vorne sein, das rote. Hier, 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 da. Okay. Also, ich hab nur ne Leuchtpistole, ich versuch die mal. Ja, der hat die AK mit 15 Schuss. Ja, klar. Wenn ihr ihn zählen, guck ihr mal. Da ist er drin. Ist er da drin? Ja. Und wo? Mehr im Zimmer? Oder? Ne, ist er doch... Der ist schon wieder raus, ist weggelaufen. Ah, Zombie hinter mir her. Was hat er da gehabt, ne Magnum? Jo. Und das ist ja so ne AK. Mit 14 Schuss und ich bin in der neuen Stadt, ist so ne AK. Doch, doch, der ist noch drin. Pass auf, Bam Bam. Ja, ja, schießen. Ja, ich zieh dir auf die Tür, aber du warst grad im Weg. Aber ich zieh den Zombie weg. Hinten? Hinten an der Hintertür, wo ich mit Bam Bam bin grade. Aber der ist noch drin. Warte ich mal, kümmeln möchte ich mal so ne Zombie hier. Ja. Ich muss mich mal umbringen. Jau, er trifft mich schon wieder. Der muss auf dem Boden liegen, ich seh ihn nicht mehr an dem Fenster. Ja. Ja, auch nicht. Der hat sich ausgelockt, der Penner. Soll ich mal reingehen? Warte, ich geh gleich mal rein. Da, der liegt hinten. Da liegt auf jeden Fall ne Leiche. Das könnte auch ein Zombie sein. Ja, das ist der Mike. Achso, ok. Das bin ich. Nimm die Waffe in der Hand, ich mach die Tür los. Ja. Der hat sich bestimmt ausgelockt, der Arsch. Ja. Der rennt ein nackter Bambi. Nee, Schuss. Das war aber ne Pumpgun. Ja. Aber wo? Wie kommt der denn da raus? Der kann doch gar nicht raus hier, oder? Zwei Türen. Dann war's das. Ja, wir waren aber die ganze Zeit ringsrum ums Haus. Oh, der kann natürlich den Treppenaufgang hochstehen da hinten, oder nicht? Ah, ja. Der kann auch sein. Ich seh ihn, ich seh ihn. Der sitzt da hinterm Schrank. Hinterm Schrank sitzt da. Ja, wir müssen aber den Pumpgun-Typen im Auge behalten. Geh weh. Geh weh. Geh weh. Geh weh. Geh weh. Geh weh. Oh, ich bin zu hoch. Geh weh. Ja, der hat Pumpgun geschossen. Von wo? Von wo? Keine Ahnung. Die Leuchtknerre da drin, ey. Ich bin auch tot. Pumpgun. Von wo hat der geschossen mit der Pumpgun? Das frage ich mich auch gerade. Das ist doch Quatsch. Die war übelst weit weg vom Klang her. Ja. Dann mach ich mich erstmal ja vom Acker. Und sofort tot. Eintreffer und tot. Das ist schon heftig das Ding, du. Ne, das geht nicht. Nicht aus der Entfernung. Das war ja eigentlich relativ leise im Ohr. Der kann ja nicht mit Aim-Schuss töten. Das ist, also... Oh mein, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Haben die schon wieder Auto-Aiming, die Wichser? Das gibt's doch nicht. Der hat zehn Ohren. Nee. Ah, der hing hinterm Schrank, ey. Ich hab ihn gesehen. Auch drauf geschossen, aber... Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ey, das kann nicht sein. Was? Wollte grad schießen, hatte voll den Mega-Bug. Bist du tot? Nee, nee. Ah, fuck. Nicht getroffen. Oh, ich bin Beresino mal echt. Das muss mich einfach verpissen. Ich auch. Ich bin auch da oben. Ich geh mich ja saufen. Ach, ich weiß auch, ich komm da doch eh nicht mehr hin. Mal gucken, wo ich bin. Na, jetzt was soll's. Oh, mehr. Oh, nein. Da ist auch einer. Shit. Ach, nee. Jetzt wirst du wohl, sie alle sind. Den hätten wir definitiv, ich krieg da hinten hinterm Schrank den Arsch. Der hat doch gebrannt, oder nicht? Das war so krass, ja. Das war so krass, ja. Ich hab den ja dann gesehen. Der hat mit dem Rucksack irgendwie da hinterm Schrank vorgeguckt. Da hab ich auch drauf geschossen, aber danach war ich schon tot. Bevor ich sehen konnte, ob er wirklich tot ist. Sausack.